Geht es denn immer nur um Geld? Das ist eine Frage, die sich bestimmt jeder schon mal gestellt hat. Die Antwort ist leider ja. Und diese kurze Antwort spiegelt nicht annähernd die Tragweite wider, die dahinter steckt. Dieser Beitrag soll und kann nur einen Spaltbreit den Blick darauf freigeben. Es werden weitere Beiträge folgen, welche den Blick geringfügig erweitern. Information Jedes Jahr geben Unternehmen Millionen, sogar Milliarden dafür aus, um das Geheimnis zu erfahren, wie man möglichst viel verkaufen, möglichst hohe Gewinne einfahren kann. Das kann einzig und allein nur durch den Verkauf von Produkten geschehen. Daher werden Menschen beobachtet, ihr Verhalten studiert und analysiert, um irgendeinen Nutzen zu erfahren, für den man ein Produkt entwickeln kann, für welches Menschen bereit sind, Geld herzugeben. Ohne Nutzen gibt es keine Motivation für einen Kunden, ein Produkt zu kaufen. Doch das Hauptaugenmerk für den Anbieter eines Produkts einer Leistung liegt nicht im Nutzen für den Kunden. Sein Interesse liegt ausschließlich auf den Einnahmen und dem daraus resultierenden Gewinn. Diesen braucht er zur Reinvestition, zur Kapitalerhöhung und um seinen eigenen Lebensstandard zu finanzieren. Der Anbieter kann dabei ein Konzern sein oder auch nur der Leiter vom kleinen Supermarkt nebenan. Vielleicht hat letzterer noch eher seinen eigenen Lebensunterhalt im Sinn. Dennoch unterliegt er den gleichen Marktgesetzen wie jeder Konzern. Damit sind nicht nur die Verordnungen und Gesetze gemeint, welche durch Parlamente und Ämter erlassen werden, nicht nur die Gesetze von Konkurrenz, Angebot und Nachfrage, sondern die Gesetze innerhalb der Geldlogik. Und diese Logik ist so unbestechlich wie widersprüchlich. Hier gelten für jedes Unternehmen die gleichen Bedingungen. Viele Menschen haben Angst davor, ausspioniert zu werden, wenn sie im Internet unterwegs sind. Alle bekannten Internetgrößen tracken die User bei jedem Besuch. Das heißt, die Betreiber von Suchmaschinen, Online-Shops und vielen anderen Webseiten beobachten und analysieren das Verhalten der Besucher, um ihnen Angebote, Werbung von anderen Firmen zu unterbreiten. Beim Beobachten der Nutzer geht es nicht darum, die Bankverbindung des Benutzers herauszufinden, um unberechtigte Abbuchungen zu tätigen. Es geht ihnen darum, herauszufinden, für welches Produkt der Benutzer am ehesten bereit ist, Geld auszugeben und ihm genau diese Angebote einzublenden. Die Anbieter dieser Angebote zahlen viel, damit ihre Werbung am Seitenrand erscheint, in der Hoffnung auf ein Geschäft. Erfasst wird dabei, zum Beispiel aus welchem Land der Besucher kommt, was sich anhand der IP-Adresse feststellen lässt, wie lange er welche Folgeseite ansieht, wo die Maus steht, was er mit dem Mauszeiger tut, wie lange er sich überhaupt auf der Seite aufhält, welchen Browser er benutzt und in welcher Fenstergröße er ihn aufgezogen hat, von welcher Webseite er gekommen ist und auf welche er geht und vieles, vieles mehr. Das alles fließt in die Datensammlung mit ein. Aber nicht nur im Internet werden die Menschen beobachtet. Auch die Kameras im Supermarkt dienen nur vordergründig der Diebstahlsicherung. Auch hier wird das Verhalten der Kunden oft ohne ihr Wissen von der Marktforschung studiert. Diese Aufnahmen werden nicht veröffentlicht, daher besteht keine gesetzliche Notwendigkeit, die Personen darüber zu informieren. Sie kennen ja den Spruch, wir halten uns an alle gesetzlichen Vorgaben. Auch hier geht es nicht darum, ob der Beobachtete gerade zu Hause ist und ob man ihm jetzt die Wohnung ausräumen kann. Normalerweise ist der Kunde dem Beobachter völlig unbekannt. Auch hier geht es darum, das Verhalten von Kunden zu erforschen. Wann greift ein Kunde, warum, zu welchem Produkt. Doch das Beobachten im Supermarkt reicht noch lange nicht aus. Marktforschung wird auch betrieben in Form von Formularen und entsprechenden Telefonanrufen. Vielleicht sind Ihnen solche Fragen bekannt. Kennen Sie die Marke? Woher kennen Sie die Marke? Wann und wo haben Sie das letzte Mal Werbung davon gesehen? Was ist Ihnen von dieser noch in Erinnerung? Und warum ist Ihnen das in Erinnerung geblieben? Was hat Sie am meisten angesprochen? Warum hat es Sie am meisten angesprochen? Was hat Sie am zweitmeisten angesprochen? Hat Ihnen die Farbe, die Form der Verpackung gefallen? Wie sehr hat sie Ihnen gefallen? Bewerten Sie dabei von 1 bis 5? Kennen Sie noch andere Marken? Wer schon mehrfach an Umfragen teilgenommen hat, kennt diese Fragen schon auswendig. Auch wenn Sie nach Ihrem Einkommen gefragt werden, geht es nicht darum, Ihr Konto leer zu räumen. Es geht den Firmen darum, zu erfahren, welche Einkommensschichten welche ihrer Produkte kaufen. Vielleicht um eine Preisanpassung vorzunehmen oder diese doch besser zu lassen. Oder auch um Werbung noch besser auf Sie zuschneiden zu können. All diese Fragen werden nicht etwa deshalb gestellt, um dem Kunden größtmöglichen Nutzen zu bieten, Ziel und Zweck jeglicher Übung ist es herauszufinden, wie man dem Kunden möglichst viel verkaufen kann, also um möglichst viel Umsatz zu generieren. Immer noch steht das Geld im Mittelpunkt aller Bemühungen und nicht der Mensch. Zielsetzung Der Nutzen für den Menschen interessiert den Anbieter nur, insofern er Gewinne rausschlagen kann. Zum Beispiel mit Garantie- und Serviceangeboten. Unter diesem Gesichtspunkt erklärt sich auch so manches Verhalten im Reklamations- und Servicefall. Ist dem Anbieter einer Leistung die Bindung eines Kunden wichtig, weil er sich weitere Geschäfte und weiteren Umsatz, weitere Gewinne von ihm verspricht, wird er diesen Kundenservice entsprechend gestalten. Genauso wie wenn er die Kundenbetreuung nur als Kostenfaktor sieht. Doch der Fokus auf den Gewinn beginnt selbstverständlich nicht erst am Ort des Verkaufs, dem sogenannten Point of Sale. Es beginnt bereits vor der Produktion, bei der Produktentwicklung. Trendforscher werden ausgeschickt, um Ideen für neue, vor allem verkaufbare Produkte zu finden. An Universitäten geht es immer weniger um Wissen und Weisheit, sondern immer mehr darum, dass die Absolventen verkaufbare Produkte und Dienstleistungen entwickeln können oder Techniken, um vorhandene besser verkaufen zu können. Und vor allem das Finden neuer Produkte muss immer schneller gehen. Ist das Produkt gefunden, geht es zur Produktion. Hier richtet sich die Gewichtung des Kundennutzens nach der Zahlungsfähigkeit der Zielgruppe. Die Hauptrolle spielt aber auf jeden Fall das Verhältnis zwischen Aufwand und dem zu erwartenden Gewinn. Damit sich ein Produkt oder eine Dienstleistung überhaupt verkauft, wird versucht, möglichst viele Faktoren zu berücksichtigen. Das beginnt bei der Ausgestaltung, der Form, der Farbe, dem Geruch, reicht über die Verpackung, deren Farbe, Form, Ausgestaltung, sogar Geräuschentwicklung, letztlich bis hin zur Präsentation im Ladenlokal, wenn das der Vertriebsweg ist. Umweltbelange spielen bei dem ganzen Prozess eher eine untergeordnete Rolle. Einige Firmen mieten sich zum Beispiel in Supermärkten ganze Regale an, deren Ausgestaltung alles andere als Zufall ist. Auch hier hinein fließen die Ergebnisse der Marktforschung von den zuvor erwähnten Befragungen und Beobachtungen. Dazu kommen noch mehr oder weniger neue psychologische Erkenntnisse. Alles nur, um Gewinn zu generieren durch den Verkauf von Produkten. Andere Anbieter richten zusätzlich eigene Shops, also auf eine Marke oder einen Hersteller spezialisierte Ladenlokale ein oder verkaufen ausschließlich darüber. Sie möchten dem Kunden Exklusivität oder Fachkompetenz suggerieren. Um neue Produkte bekannt zu machen oder auch um einen Bedarf dafür zu wecken, werden sie zum Beispiel auch in teuren Filmproduktionen sichtbar eingebracht. Product Placement nennt man das. Dass in einigen bekannten Filmen Marken deutlich zu sehen sind, ist kein Zufall. Oft zahlen die Markeninhaber einiges, damit das Symbol oder der Schriftzug möglichst positiv in den Szenen auftaucht. Damit wird nicht nur die Marke und das Produkt bekannt, sondern möglichst gleich mit einem bestimmten Lebensgefühl assoziiert. Abenteuerlich, sportlich, vor allem aber erfolgreich, wie immer man das auch definiert. Perfektion Diese geht sogar so weit, dass manchmal ganze Produktionen im Müll landen, wenn an der Ausführung irgendetwas nicht so ist, wie von den Marketingstrategen erdacht. Aus Angst, das Image der Marke, der Firma, könnte Schaden nehmen, die Umsätze zurückgehen, die Gewinne einbrechen, das Unternehmen pleite gehen und die Unternehmensbesitzer ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten. Nicht immer, weil das Produkt an sich verdorben wäre. Ein Shampoo ist mit schiefem Etikett genauso gut wie mit geradem. In einem anderen Beispiel wird die gerade produzierte Scharge Klopapier als Verlust abgeschrieben und verramscht, weil die Farbe des Aufdrucks nicht stimmt. Und auch die Agrarindustrie ist von diesem Perfektionsvirus betroffen. Um Auflagen zu steigern, schlagzeilt die Presse immer wieder darüber, dass die Bauern nicht normgerechte Agrarfrüchte nicht verkaufen dürfen, auch wenn diese essbar und sogar genießbar sind. Solcherlei Dinge gibt es sehr oft in der Produktion. Das alles kostet natürlich viel, viel Geld. Viele Menschen verdienen daran, bis ein Produkt zum Verkauf steht. Dieser Aufwand will bezahlt werden. Keine Frage, dass versucht wird, Kosten zu sparen. Daher landet manche Produktion in Billiglohnländern. Oder die Unternehmen der Rohstoffgewinnung beschäftigen Menschen zu eigentlich unerträglichen Bedingungen. Und die Eigentümer der Unternehmen tun das, weil sie genauso von Geld abhängig sind, um ihren Lebensstandard zu finanzieren, wie alle in diesem globalisierten Handelsnetzwerk. Einkauf Damit die Arbeitskräfte in den Billiglohnländern auch billig bleiben, ist es notwendig, dass der Wohlstand in diesen Ländern nicht allzu sehr steigt. Nur wenn sich die Menschen durch ihre Lebenssituation dazu genötigt sehen, sind sie bereit, auch zu niedrigsten Löhnen zu arbeiten. Falls erforderlich, wird dort kurzerhand ein Krieg oder eine Unruhe angezettelt. In anderen Ländern wird das bewerkstelligt, um billig an Rohstoffe zu kommen. Und dann muss ja der während der Produktion entstandene Giftmüll noch irgendwo kostengünstig entsorgt werden. Sonst wird der Preis für das Produkt zu hoch und die Geringverdiener hier, also die Teilnehmer des Massenmarktes, können es sich nicht mehr leisten. Und dennoch, nach all der Mühe, nach all den hochbezahlten, langjährig studierten Menschen, die ein absolut perfektes Produkt entwickelt und gestylt, eine perfekte Marketingkampagne umgesetzt, unterbezahlte Arbeiter sich krank geschunden haben, nach all der Qual und Mühsal, nach all den gewinnschmälernden Bestechungen und anderen Kosten, steht der Kunde vor dem Regal und greift zum Produkt der Konkurrenz. Auch dort, wo es eigentlich um Menschen gehen sollte, tut es das nicht. Krankenhäuser und Pflegeheime sind Betriebe, die sich rentieren müssen, so wie andere Betriebe auch. Ärzte fordern, ob freiberuflich, angestellt oder selbstständig, der allgegenwärtigen Lohnpreisspirale folgend und wie alle Menschen am Arbeitsmarkt immer höhere Entlohnungen von Krankenkassen, Krankenhäusern und Patienten. Preise von Geräten zur Diagnostik oder Therapie steigen, denn auch diese Anbieter wollen mindestens einen Ausgleich für den ständigen Wertverfall des Geldes, wenn möglich einen höheren Gewinn. Die Unternehmer selbst wollen ja, denn dafür haben sie das Risiko des Unternehmertums auf sich genommen, sich mit ihrem Lebensstandard von der Masse abheben. Und somit versuchen alle immer wieder, die Preise für ihre Leistungen anzuheben. Damit werden sämtliche Kosten ganz natürlich und innerhalb der Geldlogik völlig normal immer höher. Das aber führt insgesamt zu einem Wertverfall des Geldes. Das bedeutet, dass man für die gleiche Menge Geld weniger Güter erhält. Und wenn der Wert des Geldes sinkt, sinkt auch der Wert des angesammelten oder veranlagten Vermögens, was durch mehr Geld, mehr Vermögen kompensiert werden muss. Das ist ein weiterer Grund für Inflation, der nur selten erwähnt und noch weniger gelehrt wird. Der Wertverfall des Geldes wird fast immer nur und dann ausschließlich mit der Geldmenge in Verbindung gebracht und diese dann als Ursache für steigende Preise angegeben. Hier aber sind steigende Preise die Ursache für die Inflation. Ursache und Wirkung sind in diesem Fall vertauscht. Beide Gründe für die Geldentwertung schließen sich gegenseitig nicht aus und sie können gemeinsam diese vorantreiben. Fazit Unternehmen sind systembedingt süchtig nach dem Geld der Kunden wie nach einer Droge. Selbstverständlich immer nach den gesetzlichen Vorgaben, denn sonst könnte das Unternehmen, zum Beispiel von Konkurrenten, verklagt werden. Und weil inzwischen so gut wie alles kaufbar ist, immer intensiver alles, auch noch das Menschlichste der Verwertung unterworfen wird, ist Geld gleichbedeutend mit Macht und Herrschaft. Und darum geht es immer nur ums Geld. Wo immer es auftaucht, strebt es danach, zum Lebensinhalt einer Gesellschaft zu werden. Solange es existiert, wird es als Machtinstrument dienen, wird es alle Bereiche des Lebens vereinnahmen, Abhängigkeiten, Kriege, Misstrauen, Lüge, Reichtum und Armut schaffen. Das Wohlergehen seiner Benutzer wird irrelevant. Es ist wie ein Parasit, der seinen Wirt tötet. Auf seine Wirkweise möchte ich in den folgenden Beiträgen eingehen.